Mit dem heutigen Tag gibt es im Netz eine ständige Mitgliederversammlung der Piraten. Während in ganz Deutschland überall noch mit Briefwahl Basisentscheide gemacht werden, haben wir die Möglichkeit, jederzeit von jedem Ort aus zu jedem Thema sehr, sehr schnell wirklich gemeinsam zu entscheiden. Und ich denke, das ist ein riesen Quantensprung für die Partei. Den braucht sie auch, denn bereits 2016 wird in Berlin gewählt und die Umfragewerte der Piraten liegen derzeit deutlich unter 5 Prozent.